Ich bin hier auf eine Gruppe Volkswissenschaftler-Mitarbeiter aus der VHS Aachen getroffen, die alle bunte Ketten anhaben. Wollt ihr jetzt mal wissen, wo kriegt man diese Ketten, wofür sind die da? Die kann man bestellen. Informationen dazu gibt es hier am Stand des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und sonst auf unserer Website. Das ist nämlich die Aachener Bildungskette. Das sind alles, also 80 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung, 40 Ketten, immer zwei Jahre Leben, eine Perle. Kita, Grundschule, weiterführende Schule, Berufsausbildung oder Uni. Das sind 80 Perlen? Das sind 40 Perlen. 40 A. 40 Perlen, immer zwei Jahre, eine Perle. Jetzt habe ich es verstanden. Und daran sieht man, das ist jetzt Kita, Grundschule, weiterführende Schule, Uni oder Berufsausbildung. Und der Rest ist der Rest des Lebens. Das sind wir. Ja. Okay. Es gibt viele Weiterbildungen. Und die kann man sich oben am Stand selber zusammen. Nein, die werden von jungen Menschen, die langzeitarbeitslos sind, gebastelt in Aachen von Einrichtungen dort. Und die kann man bestellen. Oben ist ein Ansichtsexemplar am Stand des Landesverbandes und die Bestellmöglichkeit. Und die kann man sonst auch auf unserer Homepage sehen. Okay. Gut. Vielen Dank.